servus und willkommen bei jacks play bei einer neuen folge von new super mario bros für die video so das sind wir jetzt haben wir ja alle pflanzen alle sterne auch im letzten geheimen level vom sandkuchenwüste geschafft dann machen wir uns doch mal auf zum stern boulevard und testen die mission wird mich schon interessieren was der sache ist so auf geht's auf zum superstar aus superstar heißt jetzt kaum fang ich an mit aufnahmen kommt schon wieder der frosch im haus wieder typisch ja los geht's weiter laufen bitte schon hört sich interessant dann mal gucken was es ist ich habe keine ahnung feuerblumen die nämlich lieber das kann was gutes werden ah schau an schau an so ist es ja haben wir schon wieder genial hingekriegt entschuldigung bitte aber das ist das scheint mal interessantes lauf interessantes laufen zu sein ja das auch und auch ein interessantes level und natürlich haben wir den genialen fehler gemacht wir hätten doch das ding behalten sollen na treffer ja danke fürs gespräch mario okay das könnte doch schwieriger werden als gedacht ich denke mal witzscher klappen hoffen wir es doch und wieder nicht wahrscheinlich wird da jetzt jetzt geht sie da bloß hier entschuldigung trägt mir schnell einen schluck hoffentlich hilft es so lassen wir uns überraschen obwohl ich da die annie super power nicht wirklich viel weiterhelfen würde mit den röhrchen im weg oh je ach komm aber ich glaube ich hätte auf die röde in die höhere rein hüpfen müssen wahrscheinlich kommt mir grad so wieder ein totaler fehlstart ja das würde mich mein leben jetzt kosten hier einmal machen wir noch ansonsten machen wir woanders weiter ansonsten muss ich mich dann noch etwas anders abmühen so treffer na ach komm schon ja ok komm ich stell mich grad zu doof an gehen wir doch zurück und sollen wir uns echt wagen an diese eiswüstische wieder ich hab mich gar keine wirklich lust grad auf die eiswüste ich mein schnee hat mir jetzt in letzter zeit genügen gehabt ich bin ja hier noch nicht im minz mehr noch gar nicht gewesen siehst du ich hab mir noch gar nicht alle besiegt von denen siehst du ich bin ja ein schlingel ja das kann man mal echt nicht anders sagen super mario oh no das ist richtig man ich stell mich da an auf einen neuen versuch plumps treffer da haben wir das schon mal da haben wir einen pilz na endlich und die erste sternmünze yeah so so nein kackt ich will die münze haben sie fix ach komm ja versuch mal das doch anders ist oder auch nicht das scheint es auch nicht gewesen zu sein oh oh no ja genau ach komm schon das hat man vorhin doch so einen schönen lauf gehabt so das schon mal hingehauen wieder das hat auch hingehauen das hat auch hingehauen das hat auch hingehauen das habe ich mit den Fisch wenn ich die abtreff ha dann machen wir es halt so Das war Glück. Nein, das nicht. So. Nee, das kann man doch nicht rein, anscheinend. So. Ah, schön. Dann gehen wir halt da runter. Da wird es sicher sein, oder? Nee, da ist ein Pilz. Okay. Na ja, haben wir das schon mal zumindest? Das ist doch auch gut. Ein Leben ist immer gut. Da ist eine. Regenbogen? Scheint das auch nicht so sein? Ja, das war doch klar, dass es bloß wieder da runterfallen konnte. Ah ja, haben wir alle drei Sterben, wir sind doch schon mal geschafft. Ist doch auch nett. Müssen wir es nachher nicht neu machen. Das ist das Wichtigste, ey. Wir haben das Level geschafft. Ist doch auch gut. Tropische Tiefen. Ja, das kann ja wohl gut anfangen. Alter, der könnte doch was schon wieder sein, oder? Oder auch nicht. Nee. Ach. Bin ich jetzt zu faul? Was passiert bei dem Stachelfisch? Stachelfisch besiegt. Aha, die erste Münze haben wir wieder mal. Bleib mir vom Fleibe. Oh, Glück gehabt. Ganz ehrlich, Glück gehabt, würde ich ganz, ganz stark behaupten. So. Boah, gar die zweite. Das ist natürlich jetzt auch fatal. Da bringt der leider nicht viel, gell? Was haben wir denn dann da? Ja. Okay. Für was brauche ich hier jetzt diesen Stern? Diesen. Aber das ist auch nicht weitergeholfen, so wirklich. Und da drüben ist jetzt irgendeine... Röhre. Aha, schau her. Ja. So haben wir es ja auch gekriegt. Das war die letzte. Okay. Wo könnte dann... Obwohl... Schauen wir mal. Ich gehe mal woanders nachgucken. Da geht's auch nicht weiter. Ich hab da jetzt aber ein dumpfes Gefühl irgendwie. Ich meinte, das schaut doch mal schon mal so aus, oder? Oder auch nicht. Ah, doch, da ist sie. Siehste, da haben wir doch richtig gelegen. So. Jetzt müssen wir bloß das Level schaffen. Siehste? Das ist ja gar nicht so, als ob wir jetzt ein bisschen Zeitnot hätten, glaube ich. Ich hoffe, da gibt's einen Pilz. Ach, ja. Ne, da hat er mir viel geholfen, der Pilz. Bleib mir vom Leib. Weg von mir. Ah, der Eil verfolgt mich. Ach, nicht aufgepasst. Mist. Ach, Menowar. Ah, ja. Gut. Ihr wisst jetzt zumindest schon ein bisschen, wie wir laufen müssen. Scheint heute nicht mein Tag zu sein. Gut, wir haben jetzt eine Level geschafft. Das lasse ich heute mal sehen. Ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja gerne ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.